Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute hier ist Steelbook Unboxing und zwar der Punisher und los geht's an dem Intro. Viel Spaß! Ja Leute, hier das Steelbook zu dem Film The Punisher, der Punisher mit Thomas Jane glaube ich, ja Thomas Jane, genau so heißt er und John Travolta, den gab's ja glaube ich jetzt letztens erst in einem Media Book, aber die waren ja halt immer sehr sehr teuer und nämlich in dem Media Book war das Besondere, dass es dort den Extended Cut oder dieser ja Uncut-Fassung erstmals auf ja in HD gab. Jetzt wurde da noch ein Steelbook nachgeschoben, ja was jetzt glaube ich schon seit einer Woche draußen ist. Ich bin bloß gar nicht dazu gekommen ein Video zu machen. Jetzt hier an dieser Stelle aber will ich euch das gerne mal vorstellen. Ich bin schon sehr gespannt auf den Extended Cut, auf diese verlängerte Fassung. Ja Steelbook glaube ich kostet so um die 20 Euro, eigentlich ein ganz guter Preis und sieht auf den ersten Blick schon mal ziemlich cool aus. Und dann würde ich sagen, packe ich das mal aus und schauen wir uns mal gemeinsam an. Papier, ja. So, dann haben wir eine J-Card mit einem Klebepunkt bloß vorne. Sehr sehr schön, das gefällt mir so. Ja, wie gesagt, Film ist ab 18. Hier haben wir unten, ups, ich stelle mal scharf hier. Ja, das ist inklusive an Cut, Kinofassung plus den Extended Cut. Hier auf der Rückseite haben wir nochmal allen technischen Informationen zu diesem Film. Ja. Ja. Jo, dann haben wir hier das Steelbook, was ja doch sehr sehr cool aussieht. Leider wieder, hier müssen wir Rutschstände. Leider in matt. Hochglanz wäre natürlich wieder, ich bin, wie gesagt, ihr merkt es schon, ich bin Verfechter von Hochglanz. Aber trotzdem hier ein sehr sehr cooles Artwork hier, den Punisher Totenkopf hier, mit Punisher den Schriftzug da drauf, auch mit dem Rot hier. Also ich finde es ein sehr sehr geiles Cover. Es sieht sehr sehr cool aus von vorne. Ja, in Hochglanz wäre es vielleicht ein bisschen geiler gewesen oder nur den Totenkopf in Hochglanz und die Schrift oder so. Aber so, wie gesagt, ich will jetzt nicht zu viel meckern. Es gab schon zu viel schlechte Steelbooks in diesem Jahr. Ja, Steelbooks, mein Gott. Und jetzt hier ist es doch schon sehr gelungen, würde ich gerade sagen. Sehr gelungen auf der Rückseite denn hier. Den Thomas Jane und ein bisschen Schrift, auch okay. Kann man so machen. Sieht ziemlich cool aus. Coole Pose. Gefällt mir. Spinen hier haben wir mit Punisher zu stehen und ein Sony. Oben dann nochmal den Totenschädel sozusagen. Dann öffnen wir das Ganze. Und ja, so sieht das Ganze aus. Wie gesagt, für den Preis knapp, ich glaube knapp 20 Euro. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Es ist wirklich ein ziemlich cooles Ding. Ja, dann haben wir hier in drin zwei Discs halt. Einmal die Uncut-Kino-Fassung, einmal den Extended-Cut. Ja, ich dachte, es sind beide auf einer Disc, aber so natürlich noch besser. So, nehmen wir mal raus. Gucken wir mal, wie der Hintergrund oder Hinterartwork aussieht. Und da haben wir dann halt so im Schatten oder so könnte man sagen. Hier John Travolta und Thomas Jane hier. Gefällt mir. Kann man so machen. Ja, so im Dunkeln, wo dann die beiden Gesichtshälften so rausgucken. Ist okay. Ist gut. Gefällt mir. Also im Großen und Ganzen muss ich sagen, sehr cooles Steelbook. Wie gesagt, auch beide Filme auf Disc, das muss man auch, mein Gott, Sprachfehler hier, hervorheben. Und ja, ich würde sagen, ich bin hier ein bisschen am, es gefällt mir eigentlich sehr gut. Also sagen wir, geben wir eine 4. 4 von 5. Ja, eigentlich fast eine 3 von 5, aber ich muss sagen, doch, es gefällt mir. Das Artwork vorne ist einfach ziemlich cool. Dieser Totenkopf ist immer geil. Innen geht es auch in Ordnung. Also wirklich eine 4 von 5. Perfekt wäre es jetzt gewesen mit Hochglanz. Und ja, gefällt mir sehr, sehr gut das Steelbook. Ich freue mich auf den Extended Cut. Werde ich mir demnächst mal anschauen. Und ja, schreibt mir in den Kommentaren, wie ihr das Steelbook findet. Habt ihr euch das Media Book geholt? Oder ja, was findet ihr besser von beiden? Und in diesem Sinne soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.